Und noch ein kleiner Maxenkatzensonntagstipp. Gern, Mexili? Jetzt, wenn die Zecken wieder anfangen, bekommt unser Mexili morgens einen Tropfen Schwarzkümmelöl. Wir nehmen das auch und seither hat er kaum mehr Zecken und er liebt dieses Öl. Gibt es nur in der Zeckenzeit und nicht jeden Morgen. Aber wenn es drauf kommt, frisst er alles, weil er das sehr lecker findet. Gern, Mexili? Und das war mein Maxenkatzentipp. Ciao, ciao!